ZOMBIE NIGHT TERROR ZOMBIE NIGHT TERROR ZOMBIE NIGHT TERROR Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu ZOMBIE NIGHT TERROR Ja, weiter geht's Ganz kurz was gegessen Hey Boss, hier Wir Gell, von unten am Eingang scheint als hätten doch noch ein paar unsere Kunde als Rest rausgelegt Sag ihnen, es gibt kein Geld zurück Wir haben den besten Scheiß in der Stadt Ihr Pech, wenn sie nicht drauf klarkommen Ich wimmel sie ab und melde dich erst wieder, wenn die Sache geklärt ist Wofür zum Daufe bezahl ich dich? Ich werd bezahlt? Ich werd bezahlt? Hide out Assault Bringe einen Zombie zum Drogenbaron Bei Herausforderung Waffenmeister Töte alle Schützen Okay Nice Gut, da wollen wir auch einen explodieren lassen Hier Oh, da ist Raum praktisch Äh, so Da war Okay Wir brauchen keinen, wir brauchen nur eine Explosion hier So Sehr schön Wie viele ZOMBIS kriegen wir denn? 17? 17 klingt gut Sehr schön Den haben wir schonmal So Ah Mist Hat nicht so funktioniert wie es hätte funktionieren sollen Okay Okay Der konzentriert sich auf das Weckballern Wird gleich von hinten angegriffen Nom Hahaha Okay, 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 okay Ähm Hä? So So Den müssen wir infizieren, damit der runter fällt Und dann hier das einsammelt Das wär natürlich praktisch Ähm Warum steht hier denn hinter der Kamera direkt? Hahaha Okay Guck mal wie viele wir schon haben hier Ach, weil wir nach unten gesplattert sind? So 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 Okay, die fressen, lassen wir da auffressen, sehr gut Okay, die fressen, lassen wir da auffressen, sehr gut Okay Okay, dann lassen wir die von da auch kommen Damit der erstmal hier abgelenkt ist, den lassen wir explodieren So Sehr schön Sehr schön Sehr schön Hey Leute, wo geht den hin? Okay Die kommen jetzt alle Sehr schön Sehr schön Der ist jetzt eingesammelt, der komplett direkt hoch Sehr schön Den opfern wir, zack Was wird denn eigentlich, wenn wir das angreifen hier? Okay Okay, da lassen wir die Da kriegen wir auch ein Zombie Oh mein Gott Mist Zumindest hat er jetzt aber keinen Schutz mehr Okay Gut Äh, wir lassen jetzt alle mal danach gehen So Alle in eine Richtung Der kommt jetzt gerade hochgewatschelt Die sind jetzt alle da Ähm Gut, dann sammeln wir die alle oben erstmal Nein, die gehen nach unten Hupsala Ah Mensch So, lasse ich erstmal kurz nach oben laufen Ich trinke mal kurz in der Zwischenzeit was So So Okay Okay Okay, das wird das So So Und dann hier Ist ja gerade nichts abgelenkt Oh Gott Sehr schön Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein, was tut er? Zeit das verdorbene Fleisch zu grillen Wie möchten sie das Wie möchten sie das Fleisch her Zombie Halb Halbgeacht Genug gelacht Bring mir den Chimica Sein neuer Sein neuer Scheiß des Muroks Wenn er weiter meine Kunden umpinkt Dann dieses Hemd War teuer Aber Aber Das war noch nicht alles Wir werden ihn töten Oh Geil Okay Ja Sehr gut Sehr schön Durch das Verbrennen Also durch das Verbrennen Ist der Virus Ist der Virus Also Durch das Verbrennen Die sind verbrannt Der Virus ist dann in die Wolken gegangen Und es regnet jetzt runter Und jetzt kriegen wir Zombies dadurch Ja schön Okay, was haben wir denn hier? Hier April Fox Schlimme Neuigkeiten vom Ort des Ausbruchs Wer dachte es sei auf Wer dachte er sei auf erhöhtem Gelände sicher Vor Angriffen hat sich geirrt Durch eine neue Mutation Scheinen die furchtbaren Kreaturen nun springen zu können Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende? Ich bin April Fox Und immer noch inmitten im Chaos Was? Okay Okay Gut Machen wir mal die Tür hier auf Mist Mist Ah, ich hätte ihn nicht explodieren lassen können Ah Mist Mist, Mist, Mist Wie kriegt die denn das da? Guck mal hier Guck mal hier Den kriegen wir Den kriegen wir gleich Äh, weiter raus gehüpft Na toll Jetzt haben wir aber verkackt, ne? Wir können nämlich nicht mehr hüpfen Vielleicht kriegen wir den da irgendwie doch zerstört Ist der dumm Nein! Was soll das denn? Äh, äh Wie schnell schießt der denn bitte? Ah, wir haben noch nicht genug für Explosionen Okay, Neustart 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 Ja, bitte Ja, den Typen müssen wir wegkriegen Guck mal, den kriegen wir sofort weg So 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 nehm ich meine Freunde So nehm ich Haha Und Boom Sehr schön apa Wiibie 6669 Haha Okdoki Er kommt da ganz runter drauf an Und kloppt an die Tür, weil er Hunger hat. Wir werden ihm hier so ein bisschen Gehirn essen. Hey, wo rennt ihr denn hin? Wartet doch, ich hab doch noch Hunger, Mann. Yeah. Töte 16 Menschen, die sich auf dem Friedhof verstecken. Satanistisches Ritual. Finde den geheimen Raum. Oh, oh. Booty, booty. Läuft bei ihr. Okay. Ja. Oh, die ist nackt. Oh, Pixelnacktheit. Ja, das ist unpraktisch, was sie da haben. Oh. Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh, sind die jetzt gestorben? Von der Höhe? War das nicht so schön? Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Was zur Hölle? Alter, was ist... Was hat der denn für eine Reichweite, der Typ? Ey, das ist doch nicht... Das ist doch unwahr. Der lädt dann fünf Sekunden nach, hat Reflexe wie in einem Videospiel, ey. Also ehrlich, ne? Oh, nein. Oh, nein. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Lass mir da unten langlaufen, wenn das funktioniert. Oh, sehr gut. Wo läuft der denn lang? Nein, das hätte ich nicht tun dürfen. Hä? Kommt der her? Guck der her? Okay. Okay. Okay, okay. Sehr gut. Sehr schön. So haben wir sie gekriegt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Okay. Aus der Luft weggeballert. Okay. Wir wollen nämlich noch den Geheimraum finden. Wo kommen die denn alle her? Finde ich... Ey, ich finde es nicht schlimm, dass sie irgendwo herkommen, ne? Da... Versteht mich nicht schlecht... Versteht mich nicht schwer... Versteht mich nicht... Versteht mich nicht schlecht? Nein. Wer ist das? Versteht mich nicht... Falsch. So rum war das. Mein Deutsch ist so scheiße. Oh, Mann. Das kommt davon, weil man zu lange irgendwo im Ausland lebt. Und die deutsche Sprache nicht mehr so ganz so gut... Äh, nicht ganz so oft spricht. Okay, wir haben keinen Kommandant. Ach, die kommen ja... Ach, die kommen da angescheißert, ne? Ne? Okay. Fast alle haben sich jetzt ja gesammelt hier. So. Also ehrlich. Wie beim Minecraft nach unten graben hier. Alter. Ist doch nicht wahr. Wie weit geht es denn noch nach unten? Fast zu weit, fast zu weit. Alter, wie viel denn noch? Wir haben bald keine Zombies mehr. Ah, fast, 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 hier, guck mal. Nein! Ach, wir haben es gekriegt, okay. Oh, ich dachte, jetzt kriegen wir das nicht, weil der irgendwie, weil der ganze Raum nicht aufgesprengt wurde, sondern nur so ein bisschen aufgesprengt wurde. Also, danke mal ein Drittel, keine Ahnung. Okay, okay. Gut, was sagt der denn hier? Hier ist April Fox. Analytiker haben bestätigt, dass die Zombies für denkunfähige Kreaturen eigenartig gut organisiert sind. Erst wurde angenommen, sie besäßen keinen Verstand, aber jetzt zeigt sich, dass mehrere Kommandanten ihre Fähigkeiten kombinieren können, um den Ausbruch noch schneller zu verbreiten. Inzwischen marschiert die abscheuliche Flut immer weiter und manche fragen sich schon, ob sie je enden wird. April Fox, CNT News. Okay, das heißt, wir können die springen lassen? Wir können, komm mal. Oh, cool. Tut mir leid, Leute, dafür muss er als Thumbnail gemacht werden. Das muss er als Thumbnail hier erhalten. Guck mal, wie geil der Typ ist. Wie geil der ist, ey. Okay, das müssen wir noch einmachen. Der hier, da dann, und? Oh, wartet, wartet. Nach da! Springt, meine Freunde. Oh, shit. Oh, nein. Oh, das war zu hoch. Das war zu hoch. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Mit dem Letzten hat er überlebt. Das war ein bisschen zu hoch. Besser zu hoch, allzu niedrig. Aber Spiel mag das nicht. Hard Rain. Töte 18 Menschen. Kannibal Holocaust. Oh, Gott. Finde und töte den Kannibar ein. Okay, den, das wollen wir machen. Aber, liebe Freunde, heute sind es zwar nur 18 Minuten, aber weil wir gestern 26 Minuten gemacht haben. Heute mal ein bisschen kürzer. Daumen nach oben da lassen. Am Ende der Endcard seht ihr auch nochmal den Link zur Playlist. Falls ihr eine Folge verfasst habt, könnt ihr gerne mal da nochmal nachschauen. Lasst natürlich gerne lieber, äh, gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und daneben ist auch nochmal ein Video, ähm, zu einem Video, was euch gefallen könnte. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann hat der Rainer Jane Play. Ciao, ciao.